Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu der Premiere hier bei FXLED und zum Webinar mit dem Thema DAX Trading für Vielbeschäftigte. Ich freue mich, dass wir das heutige Webinar zusammen mit Thomas Hartmann machen können und insbesondere, dass er für uns die Zeit gefunden hat heute Morgen, aber natürlich auch, dass Sie die Zeit gefunden haben und sich für das Thema interessieren und heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardosoneto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wie immer mache ich mein kurzes Intro und wir besprechen kurz den Risikohinweis, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, viele von Ihnen kennen das bereits, aber das ist ein wichtiger Punkt und falls Sie sich die Aufzeichnung anschauen, können Sie natürlich an der Stelle pausieren. Okay, dann lieber Thomas, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ich bin aber natürlich im Hintergrund und ja, werde dann auch entsprechend die Fragen vorlesen, wenn welche vorhanden sind. Vielen lieben Dank, Nelson, für die nette Einleitung. Ja, von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Thomas Hartmann. Ich hoffe, Sie sehen jetzt alle meinen Bildschirm. Ja, funktioniert. Wunderbar, sehr gut. Ja, ein paar Sachen zu mir. Ich will es auch relativ schlank halten, damit wir nämlich die Eröffnung um 9 Uhr eben nicht verpassen. Ich denke, deswegen sind die meisten auch hier, damit man vielleicht den einen oder anderen ganz guten Trade zu Schulungszwecken natürlich machen kann. Und zu mir, 20 Jahre bin ich mittlerweile schon am Markt aktiv. Sie hören hier im Hintergrund die Vögel. Ich bin mittlerweile auch noch im Flugzeug. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Und ja, habe mit 15 angefangen. Bin jetzt 35, also sehr früh mit dem Aktienhandel in Kontakt gekommen. War mit Anfang 20 Projektleiter für die Wiesenhandel in einer Firma und bin mittlerweile Inhaber von zwei Kapitalgesellschaften. Das ist einmal die Hartmann Capital GmbH und einmal die Hartmann Coaching GmbH. Ja, ich lasse mir immer wieder neue Sachen einfallen. Jetzt unter anderem ist es das Hartmann-Experiment. Traded einen Traum und mit dem habe ich angefangen, letzte Woche 10.000 Euro Echtgeldkonto zu befüllen. Und ja, habe jetzt in einer Woche 11,1 Prozent erwirtschaften können mit nur 2 Prozent Drawdown. Das lief relativ gut. Jetzt ist es aber komplett meine Schuld, dass wir leider zur Live-Kontoeröffnung nicht gekommen sind. Das hat sich jetzt alles ein bisschen verzögert. Aber Nelson war so nett und FX Flat, dass sie mein Handelskonto auf den Wert einstellen, wie er beim Chartmann-Experiment ist. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Und dann ist das natürlich auch ein Echtgeldkonto. Genau. Darüber hinaus bin ich ja Experte auf den gängigen Finanzmarktportalen. Ich brauche es, glaube ich, nicht namentlich alle erwähnen. Die sind bekannt für Leute, die am Finanzmarkt unterwegs sind. Und ja, das ist meine Webseite. Wer mit mir gerne in Kontakt treten möchte, das ist die Hartmann-Capital.de. Ich bilde Trader aus im gewissen Rahmen, mache da viele Schulungen und so weiter. Und dann gerade auch komplett für Anfänger, die es lernen wollen. Beispielsweise nächste Woche ist so ein Tag, wo ich am kompletten Anfänger-Seminar halte. Falls es den einen oder anderen interessiert, der kann sich da gerne bei mir melden. Kommen wir aber zurück, beziehungsweise fangen wir jetzt natürlich mal an mit dem DAX. Wir sind zehn Minuten vor Eröffnung. Und wenn jeder nach wie vor meinen Monitor sehen kann, zoomen wir jetzt hier mal ein bisschen rein. Ich muss zu meiner Schande auch gestehen, dass ich meine Analysen nicht über den Metatrader mache, sondern ich bin da komplett Trading View infiziert. Also ich mache alle meine Analysen dort und übertrage das dann. Also meine Trades mache ich dann natürlich beim Metatrader unter anderem. Und dementsprechend, was macht man natürlich, bevor man anfängt zu mit dem Handeln? Wir schauen uns erst mal, wie die große Wetterlage ist. Und da springe ich in der Zeit gerade mal rüber und würde Sie auch bitten, das soll hier tatsächlich gar kein Monolog sein von mir. Ich habe den Melzen das auch schon angekündigt, dass er hoffentlich heute gut zu tun hat und mir immer wieder mal Fragen reinwerfen soll. Ich versuche natürlich auch, wenn es möglich ist, den Chat im Auge zu behalten. Aber das wäre klasse, wenn Sie auch immer wieder was preisgeben von sich. Wenn Sie mir ein bisschen sagen, können wir uns vielleicht noch den und den Wert angucken. Das mache ich auch sehr gerne, wenn wir die Zeit dazu finden. Und dann würde ich das möglichst interaktiv hier eben gestalten. So, wir gehen in den großen Chart rein. Ich weiß, es ist ein bisschen unübersichtlich. Es sind viele horizontale, aber wir können ja das alles dank Corona den Crash jetzt hier erstmal ausbinden. Das heißt, ich gehe jetzt auch schnell, relativ schnell rein. Und es ist tatsächlich ein Chartbild des absoluten Grauens. Es macht ja tatsächlich in der Zeit relativ wenig Spaß. Wenn man sich diese Bewegung jetzt hier anguckt, es ist halt nichts anderes, es ist irgendwie nichts Ganzes. Man wünscht sich ja als Trader schon fast, dass mal hier sowas in die Richtung kommt. Ich hoffe, dass mein Mauszeiger, soll ich den noch ein bisschen vergrößern? Könnte ich auch machen, damit man es ein bisschen besser sieht. Ich gehe noch mal kurz Rückmeldung oder ob das so okay ist. Ich sehe es, aber ich soll natürlich die Teilnehmer entscheiden. Ja. Okay, also stört sich jetzt erstmal keiner dran. Das werde ich jetzt nochmal als jeder kann es sehen. Okay. Eine Rückmeldung, genau. Wunderbar. Okay, dann ändern wir das. Und ändern wir das doch direkt. Das ist beim Mac immer so ein bisschen versteckt. So, ist halt so besser. Jetzt habe ich die große Fliege ausgepackt. Probieren wir es einfach mal damit. Also wir sind im DAX. Ja, wo sind wir? Wir sind immer wieder auf dem neuen Allzeithoch. Permanent mehr oder weniger. Die Korrekturen werden immer geringer. Es kommt einem ja schon so ein bisschen vor wie hier Februar 2020. Das möchte man ja schon fast meinen. Also gerade, wenn man sich diese Strecke hier anguckt. Aus dem Wochenchart, wenn wir jetzt hier natürlich im Tagesschart mal reingehen, sehen wir hier, also es ist schon anstrengend tatsächlich. Das sieht aber irgendwie jetzt, wenn ich es im Tagesschart noch angucke, sieht das schon danach aus, dass es nicht mehr allzu lange gut geht. Aber wir wissen es ja auch, der Markt hat immer recht dementsprechend. Das kann natürlich ewig noch gespielt werden. Das ist ganz klar. Natürlich hofft man, dass sich das irgendwann demnächst auflöst. Im Tagesschart. Ich habe immer noch ein übergeordnetes Ziel von 16.600 Punkten auf dem Schirm. Wir haben hier eine Unterstützung bei 15.500 Punkten. Und wenn wir jetzt weiter runtergehen, es ist wirklich wahnsinnig. Ich tue mich da auch wirklich ganz, ganz schwer, jetzt hier neue Kursziele zu sehen. Ich habe oben eben diese 16.600. Die stehen mehr oder weniger fest. Nur natürlich, da sollte man halt schon drinstecken in diesem Trade und unter 15.500 wird es kompliziert. Dann spätestens dann, denke ich, kann der Rücksitz ein bisschen größer werden. Wobei man ja natürlich auch direkt sieht, das hier ist ja auch dieses Seitwärtsgeplänkel, was immer wieder gespielt wird beim lieben DAX. 14.800 bis 15.500. Aber da schauen wir jetzt einfach mal. Jetzt sind es nur fünf Minuten. Jetzt gehen wir immer weiter rein und gucken, wie und was. Und tatsächlich, selbst um neuner wird es wahrscheinlich eine ganz enge Nummer, mit dem, wie man es jetzt handeln kann. Ich habe letzte Woche, als ich diese Chartman-Challenge begonnen habe, habe ich, glaube ich, das waren vier Handelstagen, wo diese elf Prozent erwirtschaftet worden sind. Und das war tatsächlich glücklicherweise immer jeweils fünf bis zehn Minuten Handelsdauer pro Handelstag. Und dann war die Performance auch schon im Sack. Ich war auch dann sehr froh, dass ich mit dem restlichen Handelstag nicht allzu sehr zu Gemüte führen musste, weil ich eben mit meinem Tagesziel durch war. Aber jetzt gehen wir mal hier auf den MT5 wieder. Und warten jetzt einfach auch mal, wie eben diese Bewegung anläuft, die jetzt dann um neun Uhr entstehen wird. Das ist jetzt hier auf den ersten Blick 15.700. Hier haben wir das mal. 15.700 war gestern sehr interessant. Wenn man sich den Tagesverlauf von gestern mal anschaut. Das war ja eine wahnsinnig starke Aufwärtsbewegung, die dann eben gekommen ist zu den 15.800. Also das hier, was gespült worden ist. Dann eben dieser, wie gesagt, als Abverkauf, aber eben dann wieder der Rückfall auf die 15.700. Hier dann sogar noch ein bisschen tiefer gegen Abend, beziehungsweise Xetra Schluss. Und dann wurde halt Leder so langsam in die richtige Richtung hochgezogen. Und jetzt stecken wir halt gerade mittendrin. Das heißt, von unserer Seite aus tatsächlich erstmal zwischen 15.700 und 15.800 neutral. Vom Vorgehen, deswegen heißt es ja DAX Trading für vielbeschäftigte. Hier zu schauen, ob er hier eben unten rausfällt. Da müssen wir dann aber direkt aufpassen. Bei 15.680, wie er sich da verhält. Aber wenn er jetzt natürlich richtig knackig runterkommt, könnte man hier schon versuchen, Longed auszuprobieren bis zu den 15.800. Oder eben halt dann der Ausbruch aus diesen 15.700. 15.500 übergeordnet, ja möglich. Über 15.800 können wir auch nochmal natürlich ein neues Allzeithochern. Das heißt, dass hier dann vielleicht der Ausbruch von Starten geht. Jetzt sind es nur drei Minuten. Dementsprechend wechseln wir jetzt komplett rüber. Jetzt kommt ja auch schon die erste größere Bewegung. Und ich würde jetzt nicht mit Orders arbeiten, sondern ich würde jetzt mal live mir angucken, gerade weil wir so zwischen den Stühlen sitzen. Und würde auch nur erstmal für den Start, ich habe das auch so gemacht bei dieser Chartman Challenge, ein Prozent Risiko, bin ich nur eingegangen im Trade. Das heißt, ich würde jetzt, wenn wir jetzt hier bei drei Einheiten sind, die wir jetzt handeln wollen, und Stop von 33 Punkten in etwa geben, das wären dann die 1% auf die 10.000 Euro Startkapital, die da sind. Ich habe das jetzt noch nicht angepasst an den Wert, die 1% auf die 11.100, sondern ich bin nach wie vor von den 10.000 ausgegangen. Und jetzt gucken wir mal in zwei Minuten, was denn passiert. Das heißt, hier schon mal vorbereiten, quasi mit dem Finger auf dem Abzug. Wenn wir hier auch relativ schnell, also ich versuche immer den Konter, komplett antizyklisch, das heißt, wenn das Ding eine starke Bewegung macht, versuche ich immer wieder die Gegenseite zu spielen. Das ist halt wahnsinnig aggressiv, aber das bringt einem sehr schnell die Rendite, die man benötigt. Wenn es halt eben nicht klappt, klar geht es halt in Stop-Loss rein, aber auch wie gestern da gewesen, dieser Run, ich zeige es mir nochmal ganz schnell, dieser Run hier auch auf die 15.800, genau dasselbe Spielchen, da sagt man ja normalerweise nicht, bei 15.800, da short ich, sondern das ist ja der Ausbau, das war ein neues Allzeithoch, dementsprechend würde ich ja trendfolgend long gehen, ich mache da genau das Gegenteil, ich gehe da short. Und wenn das dann eben genauso gespielt wird wie hier, dann passiert das halt relativ gut, hier in dem Fall war es langsam, die Bären nehmen ja eigentlich die Falltür, die Bullen nehmen die Treppe, hier ist es dann halt eben die Treppe nach unten gewesen. Aber normalerweise ist das so meine Vorgehensweise, das heißt immer fast immer gegen den Trennen und dann sehr schnell den SL nachziehen und versuchen, dass man schnellstmöglich sein Ziel durchbekommt. So, Chat habe ich im Blick und dann mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt 9 Uhr. Jetzt 9 Uhr. Das ist das Schöne, manche haben ja irgendwie so eine Handelsglocke zur Eröffnung. Ich habe hier den Kirchturm in der Nähe. Also eine wahnsinnig große Bewegung ist es jetzt erstmal nicht, diese 20 Punkte nach unten zur Eröffnung. Das haben wir schon ein bisschen anders gesehen. Ich habe hier den Kirchturm in der Nähe. Okay, jetzt haben wir irgendwas im Chat? Aktuell nicht. Alle haben jetzt auf die Eröffnung gewartet und schauen jetzt gespannt zu, was der DAX jetzt in den ersten Minuten macht. Ja, tatsächlich erstmal nicht viel. Jetzt kommen wir langsam in den interessanten Bereich. Genau diese 33 hätte ich jetzt noch ganz gern gesehen. Schade, das wäre schon mal genau sowas gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das hätten wir jetzt versuchen können. Komplett gegen den Trend, hätte man aber sehr schnell nachziehen können. Gucken wir mal, ob er nochmal in die Richtung geht. Ansonsten würde ich tatsächlich versuchen, bei Ausbruch über die 15.770 nochmal mitzugehen. Heute ist Dienstag. Dienstage sind ja auch relativ gut für Abstürze. Nur kann man das natürlich jetzt erstmal nicht aufgrund des Wochentags runterbrechen. Aber Dienstag ist ja schon das Öfteren gesegnet mit größeren Bewegungen. Ich kaufe gerade mal nebenher noch, während ich das offen lasse, in dem Wirtschaftskalender. Es ist halt auch heute wieder relativ ruhig. Um halb drei kommt ein bisschen was aus Amerika. 16 Uhr so ein bisschen, aber es ist sehr schwierig. Es ist schon so ein bisschen wie Sommerpause. Ja. Ja, wenn man sich auch die Experten mal die Meinung liest, dann sagen viele, dass der Markt auf die FED wartet diese Woche. Aber laut dem Experten wartet, der Markt immer auf irgendwas. In der Regel, ja. Um es dann wieder zu begründen, warum, wieso, weshalb. Ja, schönen Dank, Nelzen, für die Überleitung. Also ich halte von Fundamentaldaten überhaupt nichts. Damit ich das auch direkt vorweg stellen kann. Also wie Sie sehen, ich gucke in den Wirtschaftsdatenkalender für den Tag. Absolut. Ich habe auch so große Sachen wie die FED oder EZB habe ich auf dem Schirm. Wie, was, wo, keine Ahnung. Das überlasse ich. Also so fundamental zeige ich, das überlasse ich zu Experten, die auch Wirecard wunderbar einschätzen, etc. Also das ist überhaupt nicht meins. Ich gehe wirklich rein nach dem Chart. Ich mache nichts anderes. Ich will nur wissen, wann Volatilität zu einer hohen Wahrscheinlichkeit in den Markt kommt. Und das ist natürlich klar, wenn die FED am Start ist oder die EZB oder die NFPs und so weiter. Das sind alles so Daten, die hat man natürlich auf dem Ticker. Das ist ganz klar. Aber wie und was und Prognose und vorher und nachher, das ist gar nicht meins. Dafür habe ich auch gar nicht viel Zeit. Dafür habe ich keine Lust. Und letztendlich, das ist genau das. Ja, jetzt kam wieder irgendwie eine große Bewegung. Natürlich liegt es wieder mit irgendwelchen Arbeitslosendaten. Hängt das zusammen. Das wird dann immer nachgereicht. Also erst die Bewegung, dann die News. Das ist so meine Erfahrung. Deswegen habe ich damit nichts am Hut. Ich weiß nicht, vielleicht machen das einige. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht komplett das Ding verpennen. Also. Jetzt würde ich hier mal versuchen reinzukommen, wenn er nicht jetzt komplett wegläuft. Also dieser antizyklische Ansatz, der war gut. Leider zwei, zwei, drei Punkte. Sonst war ich jetzt nicht optimistisch genug. Sonst hätten wir jetzt hier schon schön 30 Punkte mitnehmen können. Aber völlig egal. Es wird noch genug Einstiege geben. Ich schaue mal, ob er jetzt noch ein bisschen zurücktickt auf die 70 in etwa. Da würde ich auch mal trennt folgend mitgehen. Ich schaue mal, ob ich jetzt noch ein bisschen weg. Ich schaue mal bei euch. Ich stelle auf die И Peppel. Da geht also. Hilft alles nichts. Jetzt gehen wir mit rein. Ich möchte jetzt nicht abwarten, ob er zurückkommt oder auch nicht. Wir haben gesagt, 33 Punkte Stop Loss. Dementsprechend gehen wir jetzt auf die 15.743. Jetzt gucken wir einfach mal. Ob das was wird. Ich habe da kein Problem mit, wenn er noch weiter zurückkommt, da noch eine zweite Position hinterher zu geben. Gehen wir mal wieder hier übergeordnet in den rein und schauen mal. Also jetzt natürlich hier das große Risiko. Dass er hier bei den 15.800 erstmal nicht weiterkommt. Dass wir jetzt erstmal kein neues Allzeithoch sehen und dass er dann dementsprechend zurückkommt. Und das ist halt so derzeit die Spanne. Jetzt sind wir ein paar Euro im Gewinn. Reicht mir jetzt aber noch nicht, dass ich den Stop Loss nachziehe. Und jetzt schauen wir mal. Gut, jetzt ist die Verbindung gerade weg. Gut, jetzt ist die Verbindung. Vielen Dank. Gut. Gut, da sehen wir noch, der Markt ist auch noch da. Hier ist ein kleiner Darstellungsführer. Also, wir warten jetzt ab, können wir jetzt erstmal nichts anderes machen. Es ist halt die Volatilität derzeit noch nicht so gegeben. Immerhin, er läuft jetzt mal nach oben. Ich bin jetzt eigentlich nur Risikomanager und ziehe dann den Stop-Doss erstmal nach. Gegebenenfalls, wenn er zurückkommt, würde ich auch noch eine zweite Position aufgeben. Wenn er gar über die 15.800 steigt, würde ich da auch nochmal hinterher gehen. Erstmal die Sachen, die ich jetzt da zu tun habe. Und gerne jetzt dann aus dem Chat, weil wir haben die Zeit jetzt definitiv. Dass wir jetzt einfach mal auf ein paar Einzelwerte gehen. Gerne Wunschanalyse. Ich habe eigentlich zu relativ vielen Einzelwerten. Irgendwas da, dann können wir gerne darauf eingehen, wenn da Fragen da sind. Hier ist eine Frage von Bernhard. Ich kann ja auch gerne mal vorlesen. Ich habe gesehen, dass Herr Hartmann nach einer äußerst erfolgreichen Copy-Trading-Karriere nun auf Wikifolio seit kurzem vertreten ist. Sind hier noch weitere Angebote geplant? Ja, diese Challenge ist halt das neueste, die neueste Kreation im anderen Bereich. Mit dem Social Trading wurden ja 680 Prozent in fünf Monaten erwirtschaftet. Das sind alles so Sachen, wo ich halt eben von der Möglichkeit das Skalieren saug. Natürlich ging da aber ein hohes Risiko einher. Das sollte jedem bewusst sein bei der Performance. Und das Wiki, was derzeit eben läuft, ist komplett konservativ und bezieht sich auch nur auf Aktienwerte. Also da werden nicht mal Optionsscheine etc. gehandelt. Das ist ganz, ja, Versuch, Idee dahinter ist, 30 Prozent im Jahr zu erwirtschaften. Ich denke, dann kann man zufrieden sein. Nach einem halben Jahr sind es jetzt knapp 17, 18 Prozent. Und das ist so das, was ich damit verfolge. Weitere Angebote in dem Sinn sind jetzt diese Challenge eben, der man folgen kann. oder halt eben sich bei mir ausbilden zu lassen, um auch das in der Form zu machen. Sonst aktuell keine Fragen, aber hast du für dich selber irgendwelche Werte, die du interessant findest aktuell? Klar, können wir gerne mal durchgehen. Mal gucken, wo hier die Großen. Mich wundert es, keine Frage, kommt zu AMC oder Windeln.de oder Plug Power oder wie sie alle heißen, Qwag. Jeder hier, alle konservativ, keiner hat AMC. Nelzen, dann musst du dich outen. Habe ich natürlich am Top verkauft, alles. Natürlich. Die Tanja hat hier einen Wert reingeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aussprechen kann. Mercado Libre. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mercado Libre. Immerhin ein Messdreckwert. Okay. So, Tanja, ist das das Wichtige? Oh, jetzt habe ich schon direkt geduzt. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ist richtig. Ja, wunderbar. Ich sehe auch, duzen ist auch okay. Das ist schön. Okay, also, südamerikanisches Amazon sehe ich hier noch. Das klingt doch verlockend. Ist ja auch fast so teuer wie eine Amazon-Aktie. Also fehlen halt noch 100 Prozent, aber dann kommen wir ran. Ja, Südjahr vom Chartbild. Du bist da persönlich investiert. Oh, jetzt geht es. Diese BMW kommt schon rein. Zoom-Aktie. Wunderbar. Xiaomi. Xiaomi. Ich sage immer Xiaomi dazu. Also, was können wir jetzt hier machen? Ich versuche mal einfach so ganz schnell eine Live-Analyse. Ich mache das hier immer. Ich arbeite ja fast nicht. Ich bin ja ein absoluter Anfänger. Dementsprechend schmeiße ich ja gar nicht so mit den Indikatoren um mich, sondern mache fast nur Unterstützung und Widerstände. Also, es ist eigentlich ganz simpel, was ich mache, aber wahnsinnig effektiv, wenn man es einigermaßen oft gemacht hat, diese Geschichte. Und da sehe ich eigentlich sofort, wir haben jetzt hier einen klaren Widerstandsbereich, nahe Allzeithoch, beim Allzeithoch. Dann haben wir hier einen Unterstützungsbereich. Und dann ist eigentlich meine Analyse schon fast fertig. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen weiter unten machen, aber brauchen wir halt derzeit nicht, weil die Werte noch viel zu weit entfernt sind. So, und dann mache ich das eigentlich so wie immer, wenn ich irgendwo eine Analyse dann veröffentliche auf einem Portal, wäre das jetzt nichts anderes. Ich versuche natürlich noch, dass die Prozente nicht mit aufs Bild kommen. Aber, so, habe ich jetzt hier im Prognosefall, der wird nach oben gehen, natürlich nur zu Schulungszwecken. Das heißt, wenn er hier oben über die 1.630 US-Dollar ausbricht, können wir wieder einen Anstieg bis zum Allzeithoch sehen. Oh, jetzt kommt er. Ich muss nochmal kurz noch zum DAX. Genau, also, ich sage die ganze Zeit antizyklisch, dann macht man es einmal trennfolgend, und dann kommt er halt wieder zurück. So, wird es jetzt, ich glaube, so auf den Schirm, wir wollen gucken, ob wir da nochmal schnell hinterher gehen. Also, gehen wir nochmal mit der zweiten Position hinterher. Gut. Das ist genau, nämlich dann wieder das ist, dieser Rückfall, und dann gegen den Trend wieder hinterher. Machen wir gleich mal Stop Loss, damit wir wieder woanders hingehen können. Ja, denn auch die 35, dann haben wir unsere 33 Punkte wieder. Also, jetzt sind wir schon doppelt drin, beide abgesichert, mit 33 Punkten Stop Loss, dann entspricht dann 1%. Dann können wir auch schon wieder weitermachen. Also, über 1.635 könnte ich hier die 1.945 wäre erreichbar. Ja, und eben, wenn er jetzt, wenn diese Aktie noch weiter korrigiert, da muss man hier ein bisschen aufpassen, wenn dieses tief gebrochen wird, die 1.265 US-Dollar, dann kann hier der Rücksetzer sich ausdehnen auf die 1.200, entschuldigt, 1.000, ja, runde 1.000-Dollar-Marke. Psychologisch natürlich ganz wichtig, ja, sieht man auch in der Vergangenheit, auch diese, ja, psychologische Marke wurde öfters gespielt. Und das wäre jetzt erst mal aus Sicht des Tageschart, wäre das jetzt schon mal meine komplette Analyse zu diesem Wert. Also, arg viel anders, dann natürlich kann man jetzt noch mit Indikatoren arbeiten. Das mache ich auch gerne mit gleitenden Durchschnitten. Ich mache auch gerne noch ein Retracement drauf, das ist klar. Das macht man so zum Feinschliff natürlich, aber so grob von der ersten Richtungsentscheidung, ob das ein Kauf ist oder ein Verkauf ist, ist das für mich erst mal absolut ausreichend. Diese Widerstände, Unterstützung, gar aufwärts, abwärts Trend noch, aber ich sehe jetzt hier vom Trendverhalten, erst mal hätte ich jetzt hier einen Abwärtstrend von diesem Hoch dahin und der, deswegen habe ich ihn erst gar nicht rein, weil der schon halber weg ist, muss man jetzt mal gucken, aber auf Tagesschlusskursbasis gebrochen wird, überboten wird und wenn das natürlich geschieht, dann wäre das jetzt erst mal ein kurzfristigeres Kaufsignal, aber langfristig müsste jetzt erst mal ein Auspupier erfolgen. Das sind dann halt immer diese Sachen, da vermischen sich dann auf einmal die Zeiteinheiten nicht in der Hinsicht, dass man irgendwo einsteigt und dann diesen Trade langfristig hält, weil man eben nicht ausgestopft werden will, sondern in der Hinsicht, dass hier halt dann die Zeiteinheiten zusammenkommen. Und hier natürlich ein sehr früher Kauf möglich ist, aufgrund des Überbietens des Abwärtstrends. Der nächste dann aber erst kommt, also die nächste Bestätigung, wenn er hierüber geht. Wenn ich hier natürlich schon dabei bin, freue ich mich natürlich umso mehr, weil ich habe ja dann schon mal bis zum nächsten Kaufsignal 15 Prozent verdient. Übergeordnet sind 40 Prozent dann drin. Aber das tatsächlich größere Kaufsignal erfolgt halt erst hier. Und so bügt sich das halt eben vom Großen zum Kleinen, also von langfristig zu kurzfristig. Und da habe ich verschiedene Signale. Und dann ist es bei mir wie bei so einer Checkliste. Also ich habe hier ein Signal, auf der Zeiteinheit da, da, da. Und dann kann ich überall Häkchen dran machen. Und letztendlich ist das Ding dann vielleicht sogar in meinem Ziel gelaufen. Und dann habe ich alle Häkchen machen können. Und dann ist es erfüllt worden. Das merkt sich richtig wie so eine DNA. Also ich habe da so ein Schema auch, was ich eben den Coaching-Teilnehmern mit an die Hand gebe. Die können da quasi ausfüllen und sagen, ja, das ist gegeben, das ist erfüllt, die Bedingung ist erfüllt, das, das, das. Trade, ja. So kann man sich halt eben vorarbeiten. Ich hoffe, dass das so einigermaßen verständlich erklärt ist. Wunderbar. Das funktioniert gut. Also antizyklisch hier eingestiegen. Und jetzt schon mal, ja, zehn Punkte knapp vorne. Jetzt möchte ich sehr gerne, dass er hier ein neues Hoch macht. Und dann werden die Stops von beiden Trades nachgezogen. Ja, aber das ist jetzt genau die kritische Situation. Ob er das jetzt eben schafft. Ohne große Konsolidierung. So, Tanja, ich gucke gerade mal mit rein. Top, danke. Wunderbar. Ja, gerne. Also wenn das so einigermaßen schlüssig ist. Freut mich. Xiaomi, Xiaomi, Nelson, wie spricht man es richtig aus? Ich weiß es gar nicht. Da hast du, glaube ich, schon besser ausgesprochen, als ich es jemals machen würde. Ich weiß gar nicht. Sag mal, Xiaomi sagen ja manche. Und ich denke mir immer so, hä? Xiaomi. Xiaomi. Also tolle Produkte machen die auf jeden Fall. Ich habe mir erst gestern einen Ventilator von dem bestellt. Der funktioniert irgendwie mit dem Akkubetrieb. Das ist total lustig. Manche fragen sich natürlich, wozu ein Ventilator und Akku. Aber das kann ja ganz toll sein, wenn es 33 Grad hat und man sitzt auf der Terrasse. Dann hilft einem Ventilator mit Akku, oder? Aktuell, ja. Das ergibt Sinn. So, alter Xiaomi heißt es. So, danke. Da hast du zugelehrt. Aber sage ich echt, Xiaomi, Xiaomi ist komisch. Egal. Xiaomi. Gucken wir Xiaomi an. Naja, auch keine Analyse zu Xiaomi fertig. Schade. So, haben wir hier irgendwie was? FBB. Xiaomi. Ja, das ist natürlich eine Kurzstimmung vor dem Herrn. Ne, 3CP war schon richtig, ne? Ist Xiaomi gar nicht so lange gelistet, kann das sein? Ja. Okay, also offensichtlich ist Xiaomi noch gar nicht so lange an der Börse notiert. Oder liege ich da komplett falsch? Wahrscheinlich. Das sieht so aus. Sieht ein bisschen aus wie so eine Kryptowährung. Alfons schreibt, das ist noch nicht lange gelistet. Aber eventuell die neue Samsung wird. Okay. Gut. Also, Xiaomi ist noch nicht so lange gelistet. Ist aber die neue Samsung. Ich finde tatsächlich von den Produkten, jetzt komplett fundamental, Meinung nach natürlich, von den Produkten haben die echt so ein bisschen Apple-like vom Gefühl her. Ich finde, das machen die ziemlich gut. Gucken wir gerade noch auf den DAX. Okay, macht nichts. Ja, also Xiaomi. Müsst du mal gucken. Ich glaube, das habe ich sogar im Depot. Ah, tatsächlich. Habe ich drin. Genau, ich weiß nicht, wo ich die Analyse habe. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das schon mal analysiert habe. Aber machen wir es gerade noch mal. Ja, also über 3,25 Dollar Kaufsignal. So, und den Einstieg, warum habe ich den Einstieg getätigt, weil ich nämlich hier schon eine Unterstützung hatte. So. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das Chartbild da voll mit Kurslücken jetzt total zerrubt ist, weil die Kursstellung da nicht so ist. Aber, also Kaufsignal über 3,25. So. Hoffen wir quasi, dass hier eben dann nicht dieser Widerstandsbereich, also der Widerstandsbereich sollte schnellstmöglich überboten werden. Dann ist das wunderbar. Andernfalls können wir natürlich die 2,50 gespielt werden. Und wenn es dann noch mal eine Korrekturebene tiefer geht, dann können wir gar 1,70 Dollar sehen. Zwischenhalt. Wo ist der Zwischenhalt? Der ist bei 2 Dollar. Wieder die runde Marke. Und das zeigt mir einfach immer wieder, dass technische Analyse wunderbar funktioniert. Dass immer wieder auch diese Sachen gespielt werden, so wie man sie auch im Chart erkennen kann. Aber es ist schon wieder schade, dass der DAX keine Lust hat, den Ausbruch zu vollführen. Dann muss ich auch mal kurz farblich richtig. Also das wäre so der Plan bei Schaumi. Wir brauchen jetzt hier einen Ausbruch über die 3,25. Kursziel dann beim Allzeithoch 3,80 Dollar. Darüber hinaus, wo liegt ein Kursziel über dem Allzeithoch? Also ausgehend von dieser Spanne würde ich das erst mal jetzt hier nach oben projizieren. Und dann habe ich hier ein Kursziel von 5,50 Dollar. Das kommt ganz gut hin. Und wenn da richtig Kaufdruck reinkommt, dann ist das durchaus ein realistisches Ziel. Ich hoffe, Frage ist soweit geklärt in Sachen bei Schaumi. Ja, gerne iPhone. Gut, was haben wir noch? Zoom-Aktien. Genau, und BMW. Okay. Zoom-Aktien gucke ich auch mal. Genau, habe ich hier auch drin. 9% im Gewinn. Dementsprechend war hier auf jeden Fall mal eine gute Unterstützung, wo man zugreifen konnte. Wenn wir mal das richtige Kürzel... Jetzt mal wieder mal Zoom. Da. Genau. Ja, richtig. Also Zoom-Aktien. Schon eine fertige Analyse. Hier war wichtig oder ist wichtig, dieser Aufwärtstrend von April 2020. Der wurde erst mal unterboten. Deswegen hier auch dieser relativ starke Abverkauf. 15% nochmal auf der Unterseite. Das Kursziel in Form von diesem Unterstützungsbereich wurde nicht ganz erreicht. 273 US-Dollar. Ein bisschen was gefehlt. 3, 3,5% möchte ich jetzt nicht unbedingt von Toleranz. Das ist noch ein bisschen zu viel. Und dann hier eben dann der Anstieg wieder zurück über diese Unterstützung, die dann zum Widerstand geworden ist. Und jetzt kommt wieder Kaufdruck rein. Warum, wieso, weshalb? Erst mal dieser Widerstandsbereich, 340 US-Dollar rum, hat auch erst mal die Aktie gebremst. Und jetzt kommt halt eben hier wieder großer Kaufdruck rein, weil eben dieser Aufwärtstrend zurückerobert worden ist. Und das ist natürlich schön. Und dementsprechend, wer jetzt noch nicht dabei ist, beispielsweise so wie ich, wo ich jetzt seit 9% mit dieser Aktie im Gewinn bin, da ist es halt jetzt hier relativ schwierig, einen neuen Einstieg zu finden. Also für mich jetzt von den Bedingungen aus, ich würde dann da tatsächlich, wie Sie ja wissen, wie ihr wisst, zu Schulungstrecken, ich würde jetzt erst mal dann Rücksätze abwarten, auf diesen Aufwärtstrend, bis er da zurückkommt und dann hier noch mal reingreifen wollen. Das kommt dann aber auch so ein bisschen drauf an, wo dieser Aufwärtstrend noch mal angelaufen wird, falls er denn angelaufen wird. Denn darunter muss man halt aufpassen, weil darunter kann genau sowas passieren, wenn dieser Aufwärtstrend gebrochen wird, dass es dann halt relativ zügig auf die Unterseite geht. Also hier 340 war natürlich wunderbar. Muss man mal schauen, ob er hier dann noch mal durchbricht, da zurückkommt, dass man hier noch mal zugreifen könnte. Warum nicht? Und ansonsten kommt die nächste größere Kaufgelegenheit dann erst über den 450, Kursziel 500, über den 500, 585 US-Sollar. So, und das war die Frage von Bernhard. Bernhard, ist es soweit? Erst einmal geklärt, ist es in Ordnung? Okay, sehr gerne. Dann schnell mal zum DAX und dann. Ja, da haben wir uns, also der Tag heute ist nicht so dankbar. Die Eröffnung ist wirklich komplett lahm. Ich glaube, so lahm, weiß ich nicht, Nelson, so lahm war sie, glaube ich, die letzten Wochen nicht mehr, oder? Da haben wir uns einen super Termin rausgesucht. Ja. Wie gesagt, wie die Experten sagen, warten auf die FED. Okay, das heißt, wir machen nächsten Morgen nochmal ein Webinar und wenn er sich dann immer noch nicht bewegt, dann hast du, dann warten wir auf das nächste große Event, oder? Was die Experten dann sagen. Genau. Okay. Gibt es ja tatsächlich, wird dann das nächste Event auch schon genannt. Das wäre dann Jackson Hole im August. Ah, okay. Ja, gut. BMW. Ja, BMW. Stark. Wieder schöne Aufwärtsbewegung. Springe ich direkt mal zur Daimler noch zwischendurch rein. Da, wo haben wir die? Ja. Da ist die Daimler. Ja, Daimler ist jetzt so ein bisschen stärker, also wenn ich das jetzt mal vergleiche von dem, was ich gerade bei BMW gesehen habe, weil da ist nämlich dieses Verlaufsrohr schon überboten worden. Daimler ist ja wahnsinnig stark, seit diesem Corona-Tief von 22 Euro jetzt mal eben 280, 270 Prozent, 59 Euro nach oben. Ganz, ganz starke Leistung. Aber zurück zu BMW. Genau, BMW hängt nämlich jetzt hier an diesem Widerstand. Ja, also wer charttechnisch sich so ein bisschen mit beschäftigen will, man muss sich einfach fragen, was ist mal links passiert? Also was ist in der Vergangenheit passiert? Warum hängt der Wert da? Und dann sieht man das eigentlich sehr, sehr gut im Chart. Ja, also wir haben hier den Widerstand gehabt bei 96. aus dem Nichts damaliges Allzeithoch bei BMW. So, Abbruch, Ausbruch, drüber, Unterstützungsbereich, immer wieder gespielt, runtergefallen. Und dann hier eben der weitere Rücksetzer, wieder Ausbruch darüber, hier Abbruch und so weiter. Und jetzt ist natürlich die Gefahr, ist mal groß, ob hier noch ein weiterer Abbruch kommt, dieser Bewegung. Also ob hier wieder hat BMW dran scheitert und dementsprechend Rücksetzer kommt. Wo wäre das Ziel von einem Rücksetzer? Ein Ziel von einem Rücksetzer ist, hier in diesem Bereich sehr gut zu finden. Alternativ hier. Das könnte ich jetzt auch bis unten weg machen, brauchen wir jetzt aber nicht, weil das noch sehr weite Kursziele sind. Und auf der Oberseite ist das genauso hier mit natürlich diversen Zwischenschritten, beispielsweise dort. So, ich speichere das auch alles mal. Das kann ich nämlich bestimmt bald verwenden, falls meine Analyse ansteht für BMW. Dann wird das nämlich nicht groß anders aussehen. Also was haben wir? Das heißt, prognosemäßig, wenn die 95, 96 nicht überboten werden kann, Rücksetzer kommen bis 85, geht es unter diesem Unterstützungsbereich, gleich drunter, unter die 83, können wir die 72 sehen. Halten die 72 nicht, sind die 60, sind die 60 ein relevantes Thema und kann sich der Kurs hier eben, also darüber ausbrechen, über die 97 können wir die 104 sehen. Darüber hinaus ist das Allzeithoch 122 Euro. Das ist die Art und Weise, wie ich halt an die Sachen rangehe, mit der technischen Analyse. Sie sehen, ihr hört, ich kann da sehr klare Kursziele formulieren. Ich habe zwar immer wieder Bedingungen drin, diese Bedingungen sind nicht dafür da, um zu sagen, okay, hätte, hätte, Fahrradkette, etc. Nein, die Bedingungen sind tatsächlich so, dass man sie aufstellen kann, als natürlich immer von Bedingungen abhängig ist. Ich kann nicht einfach sagen, BMW hat jetzt ein Kursziel von 230 Euro. Das kann ich sagen, wenn es ein Formationsziel ist. Also ein Kursziel, was aufgrund von einer Formation berechnet werden kann. Ansonsten kann ich das eben nicht sagen. Das ist halt so. Aber mit diesen Bereichen kann ich sehr gut arbeiten. Man kann sich auch sehr klare Ziele definieren. Das ist möglich. Der DAX, der macht es nicht möglich. Also ich würde jetzt mal, sobald er mal über 80 kommt, falls er das denn schafft, würde ich sehr gerne den Stop-Loss enger fassen, weil das ist hier schon wieder so ein bisschen nichts halten ist, wenn nichts ganz ist. Damit kann man relativ wenig anfangen. Das könnte jetzt in so ein Dreieck reingehen, wenn man das so sehen möchte. Also das wäre jetzt hier unser Wunsch-Dreieck. Irgendwie so. Das muss nicht auf den Punkt stimmen, aber dann würden wir jetzt schon auch mal hoffen, dass jetzt dann bald der Ausbruch kommt, weil irgendwann ist das Dreieck und halt auch durch. Dementsprechend ist die Hoffnung da, dass hier quasi ein Satz nach oben kommt von, das kann ich berechnen, 50 Punkte. Also das wird dann mal auf die 810 katapultiert werden. So jetzt beispielsweise aber nur noch viel stärker. Sehr schön. Warten wir es ab, ob es funktioniert. So. BMW hat hier erklärt. Jetzt schaue ich gerade mal nach. War das gut erklärt? Hugo Boss wird hier noch gewünscht. Ansonsten war es gut erklärt, sagt Andreas. Okay, wunderbar. Ja klar, Hugo Boss machen wir natürlich auch. Ah, da habe ich schon drin. Da habe ich schon drin. Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Oh, das ist aber auch ein sehr harmonisches Chartbild. Also die 20 Euro, die runde 20 Euro Marke, sehr interessant für Hugo Boss, definitiv. Jetzt sind wir bei 46. Jetzt haben wir bei 46 ein Problem und wenn ich mir das Chartbild so angucke und jeder, der jetzt schon zwei, drei Analysen gesehen hat, der weiß es eigentlich schon selbst, was jetzt hier kommt, was hier kommen muss. Das ist hier jetzt ein Widerstandsbereich. Wir haben hier einmal den Ditscher auf die 48 gesehen, das damalige Allzeithoch, dann der Rücksetzer im Januar 2009, der sehr weit ging, auf die gar 10 Euro Marke. Aber hier auch wieder das Allzeithoch von damals 48 Euro, immer wieder die Rücksetzer auf die 48 Euro, hier wieder der Rücksetzer, das war 2016, immer wieder diese 48, 47 Euro Marke. Und hier, man sieht es, das ist technische Analyse, so einfach kann es sein. Genau hier dasselbe Problem, er ist hier wieder hoch, er hat es erst mal nicht geschafft. Und jetzt muss man halt schauen, kriegt er das jetzt noch hin, der Hugo, oder kriegt er das eben nicht hin. Wir haben da weitere Kursziele auf der Oberseite, wenn er es dann hinkriegt. Ganz, ganz viele, also hier sind wirklich sehr, sehr viele Einzelwiderstände. Wenn ich es jetzt aber nur übergeordnet, relativ simpel sehe, dann brauche ich jetzt hier ganz dringend einen nachhaltigen Ausbruch über die 49, 50 Euro. Dann kann ich auch mal tatsächlich von der 80 Euro Marke träumen. Mit eben, wie gesagt, diesen ganz vielen Einzelwiderständen. Dann muss man sehr engmaschig dann absichern. Und wenn das eben halt nicht reicht, dann habe ich hier natürlich wieder diese große 20 Euro Marke auf dem Schirm. Mit der muss ich dann tatsächlich leider rechnen. Natürlich aber auch hier viele Einzelunterstützung auf dem Weg nach unten. Also das ist so der mögliche Verlauf. Natürlich übergeordnet dann halt auch hier. Machen wir mit rein. Gut, also Möglichkeit auf die 36, 35, übergeordnet gar die 20. Muss man da mal schauen. Ich würde hier dann halt eben dementsprechend abwarten. Und das ist auch vom Chartbild her für mich jetzt sehr interessant. Vielen Dank für den Hinweis. Weil das wäre auch was, wo ich tatsächlich mit dem Optionsschein hinterher gehen würde. Und da auf der Short-Seite dann eben aktiv werden würde, wenn er tatsächlich hier bei dem 47, 48 nicht weiterkommt. Springen wir nochmal schnell zum DAX. Und das Slide geht in die nächste Runde. Also drei können wir eigentlich auch schon mal vergessen, weil die Dynamik kommt nämlich auch nicht auf. So, wo ich gerade den Tab hier sehe, das ist mein Instagram-Kanal. Wer Instagram hat, der schaut ja einfach auch mal vorbei. Da ist die Chartman-Challenge. Ich mache da auch immer ein Video, wenn ich gehandelt habe. Das sieht dann beispielsweise so aus. Und unter anderem, was da in diesem Video vorkommt. Und auch noch ganz interessante Sprüche und so weiter. Also Instagram Hartmann Capital. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir da folgt. Und auch noch so ein paar Einblicke in meinen Handel und auch in mein Privatleben seht. Gerade so mit Storys. Also ich habe das irgendwie vor ein paar Wochen für mich entdeckt. Ich bin da, also ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Mitte 30 noch die Funktionsweise von Instagram lerne. Weil ich erst anfangs dachte, das ist viel zu komplex. Und ich habe es selber überhaupt nicht vorher auf dem Schirm gehabt. Aber es geht tatsächlich. Das ist eigentlich ganz witzig. So. Hast du deine Herangehensweise von einem Oliver? Also der Name sagt mir nichts. Ich habe mir das eigentlich selber so. Also ich mache das seit Jahren halt irgendwie schon so. Weil ich irgendwann gelernt habe, dass technische Analyse auf jeden Fall meine absolute Präferenz ist. Und das aber so Chartbilder, die halt irgendwie. Ich weiß gerade mal. Also ich sehe leider öfters ja Chartbilder, die halt so aussehen. Und wo man dann halt sagt, naja, wenn da halt hier und hier Unterstützung kommt und da und da und da und da und da. Und dann habe ich hier irgendwie überall Möglichkeiten hier zu handeln. Also da, dann, da und da und da und da und da. Da habe ich angefangen damit aufzuhören und einfach diese großen, wichtigen Bereiche zu finden, mit denen zu arbeiten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dementsprechend mache ich das halt so mit den Bereichen. Das macht die Chartbilder übersichtlicher. Das macht auch das Handeln viel effizienter. Darum geht es ja aus. Chartbilder muss nicht nur gut aussehen, sondern eben halt auch die Herangehensweise muss irgendwo funktionieren. Und das tut sie definitiv. Und von daher bin ich da seit Jahren mit diesen Bereichen aktiv. Keine Ahnung, wie lange der Herr, der da genannt wird, aktiv ist. Weiß ich nicht, wer zuerst da war. Henne oder Ei. Keine Ahnung. Fertig. 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 Was macht der DAX? Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir uns auch in der Uhrzeit vertan. Das ist schon fast so 20 Uhr Bewegung. 20 bis 21 Uhr. Haben wir leider kein Glück. Okay. Fertig. Kenne ich auch gar nicht. Könntest du das, Nelson? Ich habe schon mal gehört, ja. Okay. Also, Fertig. 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 Wieso, weshalb, warum? Altes Allzeit hoch. Klar, der kommt jetzt natürlich rein. Aber mit einer saftigen Kurslücke diesmal. Stecken wir halt hier drin. Und wenn die nicht hält, also dieser Unterstützungsbereich, wenn der nicht hält, dann, ja, dann können wir sogar die 166 US-Dollar sehen. Das hier ist dann auch tatsächlich ein sehr nerviger Bereich. Also, wenn er hier erstmal, wenn dieses Fertig erstmal hier reinfällt, kann dieser Wert hier auch noch eine Menge Spaß haben, weil sich daraus wieder zu befreien, man sieht, wie anstrengend das hier war, da mal rauszukommen. Und wenn es dann hier wieder zurückgeht, dann ist er da erstmal komplett angefangen. Auf der anderen Seite, klar, wissen wahrscheinlich die meisten, dass so Kurslücken in der Regel magische Anziehungskraft besitzen. Zumindest ja beim DAX, das ist wunderschön, dass sie immer angetickert werden. Wenn das hier natürlich auch passiert, klar, also die ersten Ziele auf der Oberseite, erstmal diese Kurslücke hier dicht zu machen. Das fällt auch sehr gut mit dem Bereich zusammen. Also, das bedeutet, ja, also das kann man dann zügig sehen. Dann wäre auch diese Kurslücke, die jetzt entstanden ist, erstmal zu. Und wenn es dann auch weiter nach oben geht, haben wir natürlich übergeordnet diesen, das Allzeithoch als Ziel. Ganz klar bei rund 300 US-Zoller, wieder magische runde Marke. Und dabei auch hier, dann wäre diese Kurslücke auch geschlossen und auch sehr interessanter Bereich, 275. Also, aber bitte, bitte, bitte nicht vergessen, natürlich auch erstmal, auch das kennen wir vom DAX normalerweise sehr gut. Dieses Anlaufen von so einer Kurslücke stellt natürlich auch erstmal einen Widerstand dar. Hat der DAX auch ganz, ganz oft, wenn er beispielsweise jetzt in dem Beispiel, damit wir auch mal den Bezug zum DAX nicht komplett verlieren, der sich ja leider gar nicht bewegt. Wenn jetzt beispielsweise sowas kommt, gerade im DAX, jetzt nur so als kleiner Tipp von meiner Seite aus. Wenn diese Kurslücke beim DAX-Beispiel jetzt wäre und die wird nicht ganz geschlossen, sprich, da fehlen so ein paar Pünktchen. Dann ist es beim DAX auch sehr oft der Fall, dass es dann richtig nach unten knallt. Und dementsprechend dieses Risiko ist natürlich bei einer Einzelaktie genauso da. Also hier mal ein bisschen gucken, also entweder dieses magische Schließen, was ja schnell geht, oder halt eben nur das teilweise schließen und dann wieder ab in die andere Richtung, weil die nicht komplett geschlossen werden kann und dann irgendwie ganz viele Anleger, Investoren enttäuscht sind und dementsprechend ihre Chips vom Tisch nehmen. Das ist hier so die Möglichkeit. Genau. So, gucken wir mal zurück. Das ist schon ein Highlight. Gut. Haben wir sonst noch was? Habe ich was übersehen? Analyse wünsche nicht, danke. Dann würde ich darum bitten, wenn jetzt noch Fragen da sind. Ich bin da auch schon, glaube ich, so ein bisschen über der offiziellen Zeit. Ich habe da auch kein Problem, mal was dran zu hängen. Aber wenn keine Fragen da sind und keine Bewegungen, ich würde jetzt natürlich noch ganz gern mit euch zusammen drauf warten, dass man den Stop Loss wenigstens in den Gewinn ziehen kann von beiden Positionen. Das würde ich auf jeden Fall hier noch aussitzen wollen. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass das schon in wenigen Sekunden, Minuten soweit ist. Und in der Zeit könnt ihr ja noch mal Gas geben, was Analysemeinungen oder Feedback oder so. Das wäre jetzt natürlich noch schön, wenn das so kommen würde. Adidas wird noch gefragt. Andreas, der will es wissen. Wenn wir alles mal querbeet analysiert haben, machen wir natürlich. So, Adidas. Ich finde es immer spannend, hier mal reinzugucken, dass meine Adidas bei 11 Euro stand und jetzt bei knapp 300 Euro. So, schon faszinierend. So, Adidas. Also hier ganz auf den Kopf gestoßen. Wieder mal bei der Runden 300 Euro Marke. Wenn wir das, Einzelwiderstand, dieses Allzeithoch, würde ich hier als Einzelwiderstand ansehen. Schwierig als Bereich. So, zack, haben wir das. 317. Und jetzt hier auf der Unterseite noch eine Unterstützungszone, ein Unterstützungsbereich. Das kommt eigentlich ganz gut hin. Brauchen wir noch auf der Unterseite noch eine. Zack, haben wir schon fertig. So, das heißt, wenn es hier nicht bald über die 300 geht, dann kann hier ein Kursziel auf der Unterseite. Dann können wieder die 255 Euro angesteuert werden. Fällt die Adidas unter 250 Euro, können wir gar die 215, 210 Euro sehen. So, und darüber hinaus natürlich, dass die 307 nach oben durchbrochen werden. Dann können wir die 317 sehen. Projektionsziel auch dank dieser schönen Spanne hier auch super simpel zu finden. Dann haben wir direkt die 350 Euro. Das kommt hin. Dann haben wir ein bisschen zu viel weggemacht. Das hier wollte ich wegmachen. So, das wäre dann das Ziel bei einer Adidas 250, wenn das Allzeithoch genommen wird. Gut, guck mal. Also, jetzt sichern wir eng ab. Jetzt sichern wir eng ab. Und jetzt hier auf die... Oh, das ist jetzt nicht so eng abgesichert, dass wir direkt rausgeflogen werden. Aber ich würde gern... Aber ich würde gern... Komma, jetzt ist mir nicht sehr nacken, schade. Also, dann würde ich jetzt die 75 nehmen. So, danke. Und beiden Positionen. So, dann ziehen wir jetzt noch schnell weiter nach, wenn da jetzt noch ein bisschen kommt. Aber ja, schade. Also, rückblickend war das ein super Einstieg oder war das ein super Einstieg. Ja, hier halt diese Rücksetzer. Haben wir jetzt aber dann nicht genutzt, weil ich da ein bisschen zu lange gezögert habe. 2, 3 Punkte, so klar muss man da auch sein, in dem, was man gemacht hat, beziehungsweise nicht gemacht hat. Und dann dieser Anstieg, ja, hat man hier oben wieder short handeln können, aber war von der Spanne halt tatsächlich auch sehr eng. Und gerade da jetzt die Vorgabe halt war mit 33 Punkten, also vom Setup her zu handeln, hat man da nicht viel Möglichkeit gehabt. Aber immerhin, es ist nichts im Verlust gewesen. Den ziehe ich jetzt auch nach, auf einen Stand und der andere, dieser Neueinstieg, der hat ja sogar noch einen Gewinn gebracht. Also definitiv, weil den Einstieg haben wir schon bei 15.769 Punkten bekommen. Und dementsprechend bleiben da rund, ja, 30 Euro, wären jetzt halt dann 0,3%, 0,25% bei den 11.000, so summa summarum. Das ist jetzt nicht die Welt, werde ich aber trotzdem für die Chartman-Challenge aufbuchen, aber aus eigenen Mitteln. Und, ja, ist, denke ich, ganz okay. Zumindest keinen Verlust, das ist ja auch schon mal viel wert. Und, ja, letztendlich keine Fragen mehr im Chat, sehe ich. Da würde ich jetzt einfach mal, Nelson, die letzten Worte würde ich jetzt sprechen. Ist das okay? Ja, sehr gerne. Gut. Also, ich bedanke mich recht herzlich. Ich werde jetzt hier, jetzt kommt wahrscheinlich die große Bewegung, kommt jetzt, und jetzt wird er richtig volatil. Aber einfach, einfach nachziehen. Genau. In dem Sinne, wer jetzt hier mit dabei ist, aus Schulungszwecken, der zieht einfach den Stop-Loss weiter nach, bis er dann halt irgendwann rausfliegt. So einfach kann das sein. Und ich würde mich, gesagt, freuen über Feedback oder wenn der ein oder andere auch mal Lust hat, mit mir in Kontakt zu treten, von Trader zu Trader, sehr gerne. Ich freue mich immer, neue, interessante Leute kennenzulernen. Meine Webseite ist die hartmann-kapital.de. Sie finden von mir alles Mögliche. Es gibt ein Digifolio, es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt einen Instagram-Kanal. Instagram, unbedingt dabei sein. Mir folgen, Chartmann-Challenge geht jetzt nach wie vor weiter. Die geht insgesamt noch ein Jahr. Und da möchte ich hoffen, meinen, dass ich die mit Nelson zusammen auch in Zukunft öfters hier präsentieren, traden darf. Hoffnungsvoll dann auch mit Echtgeld, weil ich das bis dahin hinbekommen habe. Und dementsprechend wünsche ich Ihnen, Euch, einen schönen sonnigen Tag. Genießt es. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und danke auch an dich, Nelson, für die tolle Moderation. Ja, sehr gerne, aber ich schließe mich hier dem Feedback im Chat an. Vielen Dank für das Webinar. War sehr interessant und ja, also sehr gerne können wir weitere Termine auch ausmachen. Wird auch hier im Chat gewünscht. Dem kommen wir natürlich nah und ich hoffe, das hat ja auch Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank natürlich an alle Teilnehmer, dass sie live dabei waren. Und natürlich auch für das aktive Mitmachen im Chat. Ich wünsche Ihnen ebenfalls noch einen schönen Tag, aber eine erfolgreiche Woche, Tradingwoche. Und ja, hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Also, tschüss zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.